okay neuer bezirk anscheinend ja hier gut ich glaube dann habe ich ihr alles eigentlich hier der gehört nicht dazu und links um den habe ich auch noch nicht ach du scheiße das heißt ich bin ungefähr bei der hälfte na gut dann mal auf in den nächsten bezirk warum ist da so viel verkehr eigentlich könnte ich das da rechts auch ach so ja ich bin ja mitten in einer mission was für eine lange fahrt jetzt so ein bisschen wie industriebezirk aus oder so was industrieviertel so so das war eine fahrt so 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 sehr schönes und verstärkung jetzt nicht mehr so das war keiner da oben ist einer so so ja ja so und dann machen wir lieber wieder zu so 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 Stein auf dem Boden und trifft. Das wird scheiße. Mann, diese Vergrößerungspillen scheinen zu funktionieren. Du wirst ein immer größeres Arsch. Geht schon. Hey, hübsche Kinsammlung. Wie viel sind das? Drei? Okay. Mal ehrlich, dein Gesicht sollt auf ein Poster für Empfängnisverhütung. Wow, that burn. Wow. Das sind... Good. Irgendwo muss es euch eine Kamera geben, klar. So, jetzt brauche ich erstmal den Zugangscode. Ha, der hat sie direkt. Der kann Verstärkung rufen. Weg damit. Was kann der hier? Nichts. Nichts. Der kann auch nichts. Das heißt, sie muss irgendwie hier hinein. Das heißt, sie muss irgendwie... Hmm... Hmm... Oh... Oh... Das war Sniper. Okay, das dürfte schon ein größeres Kaliber jetzt sein hier. So, den schalte ich sicherheitshalber aus. Oh, den schalte ich mir die zwei Sniper. Oh, der kann verstecken. Okay... Das ist wirklich komisch. Noch eine Kamera. Das bringt mir nichts. Nein, nein, nein. Oh, Mann. Da ist eine Kamera. Ey, was? Das ist nicht wahr. Diese dreckigen Kanister stehen im Weg. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Oh yeah, wieder schöne Videos. Schnitzel, sind die blind? Servus Sharky. Warum sind die blind? So ein bisschen. Eventuelles. Okay. Bin wieder da, WB-Reflux! Ja, anscheinend. Aber das wissen wir eh schon. Gas geht wieder, oh yeah! Im Porno würden wir jetzt ficken wie Gorillas. Nur wenn der Aufzug stecken bleibt natürlich. Na los, ganz hoch? Nein? Na gut. So geht's auch, ja. Da hat sie die Antwort. Scheiße. Ich liebe diese kleinen Videos. Die sind super. Die sind echt super. Ich überpacke gerade Viehstäbchen. Was? Das klingt ja voll cool. Ich muss dann sagen, wie sie, wie sie geschmeckt haben. Videolog. Guck. Was ist das? Ein Aschenbecher oder was war das? Hä? Nein. Hä? Was ist das? Hä? Was war das? Was? Okay. Das ist echt nicht bekannt. Yay! Das war's hier. Das war's hier. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich für die Leute anbieten kann. Du. Okay, bin drin. Jetzt Racine. Finden wir raus, was du über Niki warst. Racine. Mal sehen, wo das ist. Ab dich, Robert Racine. Robert Racine. So, hier ist noch eine Zenswürdigkeit. Bling. Da haben wir noch ein Gang versteckt. Aber ich mache zuerst mal den Tower hier. Dann sehe ich die Nebenaufgaben wieder hier. Wow. No. Ich habe mir mal was. Das ist ja. Okay, ich habe mir das. Träger. Ah. Gut, hier. Entriegeln. Aber wie komme ich da jetzt hoch? Guck mal. Durch den Träger, oder was? Äh. Ja. Aber warte mal. Vielleicht von innen. Mech sagt, servus. Dubidub, dubidub, dubidub. Sprüngen. Okay, da komme ich nicht durch. Dann habe ich eine andere Idee. Die ist mir nämlich schon vor eingekommen. Du, 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 du. Wie ist die Tranz? Ich glaube, sie sagt nicht mein Tod. Ob der krank ist? Ich glaube, das stimmt erst nicht. Wie geht's gut, wie geht's gut. Ihm geht's gut, Leute. Lasst ihn doch in Ruhe. Weißt du, wie man im Spiel jemanden bewusstlos macht? Ich sitze hier fest wegen einer Gang. Wie man jemanden bewusstlos macht? Du kannst mit deiner, mit deiner, ähm, mit deiner, mit deiner, mit deiner Waffe kannst du die, 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 die Gegner halt lautlos töten. So, jetzt teste ich mal, ob das funktioniert. Ich habe mir nämlich schon gedacht, das Auto stand so verdächtig da. Bin gespannt. Ja, klar, funktioniert das. Oh, shit. Und ich verkackt natürlich. Wow. Das ist, wow. Das ist jetzt nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das gibt's nicht. Dann muss ich es wegschieben. Oder zerstören, irgendwas. So, funktioniert es jetzt? Es funktioniert noch nicht. Ach, du Scheiße. So, jetzt aber. Ach, nicht die Nägel. So. Ja, perfekt. Ha, so geht das. Ähm, ja, ja, ist schon klar, aber ich darf ihn nicht töten. Ähm, ansonsten würde ich dir empfehlen, mit dem Köder, du kannst den Köder ja irgendwo hinschmeißen, so. Hier so zum Beispiel. Das mache ich aber relativ selten. Und dann anlocken. Und dann von hinten heranschleichen und ihn bewusstlos schlagen. Was anderes fällt mir jetzt auf die Schnelle auch nicht ein. So, muss ich hoch. Ja. Hier habe ich's. Sehr gut. Sehr gut. Vielen Dank, ich versuche jetzt mal. Jo. Viel Glück. Jaki mit dem Facepalm. Ja, passiert, Jaki. Das passiert halt normal. Ein kleiner Unfall. Danke, Neil Maxog. Willkommen in der Pfanne. Es braucht nur ein Arschloch, um machten Gebrauch. Mit dem Wügel und mit dem Versteckten. Hey Mann, das muss doch nicht sein. Bitte, nicht mich, bitte. Oh, shit. Oh, pff. Der hat ihn abgestochen. Nein, das darf nicht wahr sein. Das darf wirklich nicht wahr sein. Und, gültiger, nein. So, hier ist, ähm, noch so ein, so ein Audio-Lob von Maurice. Ich glaube, die hole ich mir noch schnell. Ich glaube, die hole ich mir noch schnell. Oder auch Zeit, dass die sich den Hacker vorknöpfen. Der hat bescheid von wegen vorgelegt. Ich glaube, es sollte oben sein. Vielleicht bin ich hier zufällig richtig. Oh, shit. Oder auch nicht. Ich schreibe einfach nochmal. Du, 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 du. Ich freue mich auch. Wo ist der Herr? Ich schreibe einfach. Ich schreibe einfach.